Willkommen auch schon wieder zurück zu einer neuen Folge von The Long Dark. Wir sind ja hier stehen geblieben bei der Grauen Mutter und bevor ich jetzt dann gleich mit ihr spreche, will ich noch ganz kurz zum Schrank gehen und solltet ihr euch hier wundern, warum ich im Gänsemarsch unterwegs bin, dann liegt das daran, dass ich hier den ganzen Loot mitgenommen habe, den wir jetzt dann hier gleich mal verstauen werden. So, was braucht man denn nicht? Das ganze Altholz kann schon mal weg. Dann die Zeitungen, weg damit. Genauso wie die ganzen Klamotten, die ich hier in doppelter und dreifacher Ausführung mit mir herumschleppe. So, weg mit der Downwester. Beziehungsweise, ich könnte eigentlich hier auch gleich in den Reiter mit den ganzen Klamotten gehen. Das alles kann weg. Genauso wie die T-Shirts. So, das kann weg, das kann weg. Das kann auch weg und das kann weg und das natürlich auch. Halt, das hier ebenfalls. Perfekt. Und die Mütze hier, da muss ich glatt mal nachsehen. Ist die vielleicht besser als mein Schal? Ah ja, die ist um einiges besser. Sehr schön. Dann ziehen wir hier die Mütze an und der Schal kann weg. Sehr schön. Nur noch 38 Kilo von 23. So, ähm, ja. Was braucht man nicht? Ich habe hier recht viel Fleisch dabei. Das sollte ich vielleicht grillen. Oder legen wir es gleich so rein. Aber ich habe Angst, dass es mir hier vergammelt. Das wäre ewig schade drum. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Was wir schon mal weglegen können, ist das zweite Brecheisen. Und den Kanister hier. Den muss ich fast reparieren, oder? Denn wenn der kaputt geht, ist auch das ganze Lampenöl weg. Kann ich hier vielleicht irgendwas machen? Damit reparieren? Ne, das geht ja wahrscheinlich wieder hier im Inventar, oder? Aber ich kann das nicht mal reparieren. Ne, das geht leider nicht. Aber gut, ich brauche normalerweise auch gar nicht so viel Lampenöl. Weg damit. So, Signalpatronen. Die können auch alle weg. Den Metallschrottsprüter habe ich ja leider geschrottet. Der kann auch weg. Die Schnur lassen wir mal hier. Und die ganze Nahrung. Die wiegt natürlich auch so einiges. So, weg damit. Das unsichere Wasser. Das sollte ich vielleicht gleich mal abkochen. Wisst ihr was? Das machen wir gleich mal. So, Tomatensuppe. Garen. Dann als nächstes. Das ganze Fleisch grillen. Damit wir hier alles schön haltbar machen. Und dann kann ich auch das Fleisch normalerweise in den Schrank reinlegen. Denn sobald's mal gegart ist, vergammelt's wahrscheinlich nicht mehr so schnell. So, sehr schön. Fleisch Nummer drei. Dann kommt das Reh hier auch noch auf den Grill. Und ich habe ja auch noch ein Kaninchen gekillt. Das nehme ich vielleicht auch noch gleich aus. So, zerlegen. Gut. Das werde geschafft. So, die Tomatensuppe habe ich ja jetzt gekocht. War das die? Geöffnet. Kälte. Aber gut. Besser als nix. Runter damit. Sehr schön. Okay. So, Kaninchen roh. Wird gegrillt. Genauso wie das Kaninchen Nr. 2. Ja, ja. Ich weiß, du hast Kohldampf. Du bekommst ja auch gleich was zu futtern. Und zwar gibt's... Was gibt's denn Schönes? Schimmeliges Hundefutter. Will ich das wirklich noch essen? Nein, das will ich nicht. So, wir essen mal das Reh. Dann gibt's hier noch was zu trinken. Und dann sprechen wir jetzt auch gleich noch mit der grauen Mutter. Ups. Aber zuvor... Will ich hier noch kurz das fleischlos werden. Ah ja, sehr schön. So. Ui. Sie hat uns was zu sagen. Ja. Ich bin immer noch für meinen Freund. Alles, was du anmerken kannst, kann helfen. Sie sagten, dass es nicht so gut sind. Sie kamen aus dem Tunnel. Ihr Freund, die Frau, die Frau? Sie müssen da überstehen. Tunnel? Der einzige Weg durch die Mauten. Der einzige Weg, die sie hätte gehen können. Grandmother will wissen, was passiert in der Nacht. Ich habe die Angst, die Angst, die Angst, aber... das Rest ist ein Geheimnis. Geh zum Tunnel und erzähl mir, was du findest. Hast du eine Idee, wie ich mich verteidigen könnte? Mein Gewehr bleibt schön bei mir. Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Es gibt aber vielleicht noch andere Methoden. Früher verjagten wir sie mit Feuer. Eine Fackel wäre die Lösung. Wir bastelten sie immer aus Holzstöcken und einem im Petroleum getränkten Lappen. Das werde ich mir merken. Vielen Dank. Gut, wieder was gelernt. So, Schneestürme. Du hast einen Sturm erwähnt. Und ihr hört es vielleicht auch da draußen. Tobt nämlich aktuell auch ein Schneesturm. Ab und dann rauschen hier Schneestürme von den Bergen durch. Dann sitzen die Leute in ihren Häusern fest oder schlimmer. Schlimmer? Sie wandern ziellos im Kreis umher und sterben dann doch kurz vor ihrem Haus. Manchmal sogar direkt davor. Hui. Okay. Und sie sagen, die graue Mutter wäre blind. Ha. Es ist schon eine Weile her, dass die graue Mutter jemanden bekochen durfte. Nimm dir etwas Suppe, bevor du gehst. Das ist ja äußerst großzügig. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die graue Mutter hier mal was springen lässt. Sehr schön. Vielen Dank. Hui. Die. Die schaut aber gut aus. Da greifen wir doch gerne zu. So. Gleich mal runter damit. Ah. Und. Da ist jetzt sowieso zappendus da draußen ist. Gehen wir jetzt erstmal ins Bett und schlafen uns gescheit aus. Damit wir dann früher morgen voller Tatendrang in den neuen Tag starten können. So. Neuer Tag. Neues Glück. Und mein Charakter ist schon wieder durstig. weg. So. Sehr gut. Wie viel Zeug habe ich jetzt aktuell eigentlich noch bei mir? Wir werden es gleich herausfinden. Wenn wir hier beim Schrank stehen, noch immer zu viel. Viel zu viel. So. Dann weg mit den Sardinen. Was habe ich eigentlich noch? Bargeld. Weg damit. Das kann weg. Das kann weg. Das Zähnenholz brauchen wir nicht. Stapel Papier. Kann auch weg. Genauso wie das. Und das auch. Hier habe ich noch Kohle. die brauchen wir auch nicht. So. Was gibt es hier noch? Das alles nehmen wir mal mit. Hier unten haben wir noch den Metallschrott. Der kann weg. Und stimmt. Ich kann ja hier auch mit der grauen Mutter noch reden. Und mein Vertrauen entsprechend verbessern. Das probieren wir jetzt doch gleich mal aus. Worüber möchtest du reden? Ah ja. Die graue Mutter hat einen Bedarf. An Stöcken. An den Lackporlingen. An Verbänden. Einmal Anpackungen. Dosenöffnern. Und einem getrockneten bzw. frischen Kaninchenpelz. Das ist aber gut. Denn den Kaninchenpelz haben wir ja. Den bekommt sie gleich mal. Und die ganzen Pilze brauche ich auch nicht. Alle umlagern. Weg damit. Vertrauenswert plus 86. Das hört sich doch gut an. Okay. Ah ja. Aktuelles Vertrauen 156. Sehr sehr gut. Und sie kann uns hier auch irgendwas erzählen. Vorräte. Milton scheint sehr abgelegen zu sein. Was tut ihr bei medizinischen Notfällen? Ha. Was immer wir tun. Wir kümmern uns um uns selbst. So kann man es natürlich auch machen. Und was ist mit Fremden? Wie ich sehe brauchst du Hilfe. Man könnte es so nennen. Ja. Ich habe gehört, dass die Millers eine Art Vorrat in ihrem Hintergarten versteckt haben. Die Millers. Warn, die sie vom Festland eingeschmuggelt haben und nicht teilen wollten. Wenn du sie findest, nimm sie dir. Du wirst sie brauchen. Die Millers. Ich überlege jetzt gerade, ob mir irgendein Haus in den Sinn kommt, das den Millers gehören könnte. Nun gut, wir werden das sicherlich noch finden. Hier gibt es noch was anderes. Der Zusammenbruch. Du hast mehrmals vom Zusammenbruch gesprochen. Ich weiß, dass die Zeiten hart waren, aber... Du kannst es dir nicht vorstellen, Festländer. Wir waren bereits auf den Knien. Ui. Ich wüsste gerne mehr darüber, wie sich das auf Milton und die anderen Gebiete ausgewirkt hat. Ich hatte ja keine Ahnung. Genau. Lass mich dir erzählen, wie das war. Wie? Das war's jetzt. Okay, ich habe mich jetzt eigentlich auf eine Geschichte eingestellt. Auf eine schöne, gute Nachtgeschichte. Aber leider wurde ich hier enttäuscht. Schade. Nun gut. Dann halt nicht. Habe ich vielleicht noch Stöcke? Hier drinnen nicht. Kann ich der grauen Mutter noch irgendwas anderes anbieten? Höchstens die Verbände. Aber die brauche ich eigentlich selbst. Die will ich hier nicht der grauen Mutter geben, denn wer weiß, wann der nächste Wolf da draußen auf uns wartet. Was ich aber machen kann ist, dass ich hier auf alle Fälle schon mal das weglege und Stoff. Gut, Stoff nehmen wir mal mit. Die Gedärme brauche ich nicht und ich sollte vielleicht auch mein Beil mal reparieren. Kann ich das reparieren? Ah ja, ich kann sie ja schärfen. Stimmt. Nicht, dass das auch noch kaputt geht. So, nochmal schärfen. Schärfungsfertigkeit auf 33 erhöht. Ah ja, 38 Prozent und die Schärfungsfähigkeit ist jetzt 34. Okay. Nun gut. So, jetzt gehen wir erstmal wieder nach draußen. Wir müssen den Garten der Millers finden und außerdem müssen wir zum Tunnel. Und trinken müssen wir außerdem noch was. So, wo ist der Tunnel? Ah ja, das ist der Tunnel. Die graue Mutter. Die graue Mutter. Milden Vorratsverstecke. Aha. Da hinten ist anscheinend das Haus der Millers. Nichts wie hin. Oh Mann, oh Mann. Seht ihr, was ich sehe? Da ist ausgerechnet jetzt ein Wolf unterwegs. So, vielleicht kann ich den aber umgehen. Aber ich nehme hier Vorsichtshalber mal die Leuchtfackel in die Hand. Man kann ja nie wissen. Da war ich hier eigentlich schon drin. Wahrscheinlich nicht, oder? Aber hier kann ich auch gar nicht mehr rein. Die Bude ist eingestürzt. Milden Vorratsverstecke. Nochmal kurz gucken. Das ist... Ah ja, hier bei den Felsen. Das heißt, da bin ich eigentlich schon richtig. Denn da vorne ist die Tankstelle. Hier irgendwo müsste es sein. Aber ich sehe hier nichts. Doch hier ist was. Hier liegt was. Geheimversteck durchsuchen. Antibiotika. Und Antiseptikum. Und sogar noch eine Energieregel. Schmerzmittel. Das hört ja gar nicht mehr auf. Perfekt. Das ist jetzt alles meins. Und der Wolf ist verschwunden. Sehr schön. Und da vorne ist dann auch schon der eingestürzte Tunnel. Den schauen wir uns in der nächsten Folge von The Long Dark an. Mal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dahin. Tschau. Vielen Dank.